ja hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge von autobahn polissimulator nummero 2 wir haben die beweise hier gefunden wieder ganz viele zigaretten stummel er hat der steine werfer hat diesmal ein auto getroffen was da unten zu einem umfall geführt hat das sagbar in der letzten folge und nun versuche ich mal hier irgendwie slow motion zu rennen wir sollen in unseren einsatzfahrzeug einsteigen und nur rastplatz fahren och gott die kamera und diese lahmarschige szenen hier die sprolle im eiern der koffer hans kommt auch mit wieder nicht dass er da oben stehen bleibt ja hans ist da und wir steigen ganz ganz sanft ins auto ein kofferraum bleibt offen so kennen wir und wo müssen wir jetzt hin haben wir eine schnellreise ja ting da müssen wir hin wo sind wir wir sind da springen wir dahin war eine das die falsche seite wahrscheinlich muss ich jetzt echt die ganze strecke fahren wir haben keine schnellreise na die haben wir noch wird nehmen wir die dann sind wir ein bisschen näher dran aber ooooh hi hans kamera wechseln und dann jetzt los wie weit muss man jetzt noch fahren zeigt da gerade gar nicht an okay auch interessant fünf kilometer sagen wir mal so weit war soll dieser rastplatz weg sein wo der die steine gesehen hat ernsthaft das ist sehr weit gewesen oder ach wagen elf lass die wagen elf in ruhe könnte aber noch stein gucken vielleicht das ist der gleiche rastplatz wo ich jetzt sind muss die lenkung ist so hammer geil schnellreisestation gefunden super und wie schnell die da waren ui 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 wieder so ein freeze wenn der hat streichhölzer genommen ja okay beim ersten mal ist es ja vielleicht fast ein bisschen witzig aber beim zweiten oder dritten mal warum sind es jetzt 6,9 kilometer warum soll ich da runter fahren das ist doch nur eine tankstelle oder schnellreisestation ok ganz für die schnellreisestation hier auf dem weg dann können wir nächstes mal wenigstens springen müssen die strecke nicht fahren aber das wird doch immer weiter zeigt ja das navi da unten an vorsichtig vorsichtig weil bestimmt gleich freeze das ding wieder und die krache irgendwo gegen warum lenkt er jetzt nicht ganz langsam genau macht er das gut das ist so schön man den kauft ihr eins ey wie oft braucht ihr verkehrskontrollen wie oft macht ihr verkehrskontrollen und wie oft braucht ihr dafür auch noch ein fahrzeug lauft hin irgendwie habe ich gerade gefühltet ruckelt und fährt überhaupt nicht schnell und lenken lässt sich die karre gerade auch nicht wirklich also ich habe ja schon guten pc ja aber dass ich hier bei so einem simulation spiel so eine probleme habe dass sie drückelt und rüttelt und ruckelt sind es 8,4 kilometer irgendwie fahren wir doch komplett auf falsch oder hab da so nicht viel ja wohl jetzt wird es wieder weniger warum entfernen wir uns erst und dann kommen wir näher ich habe keine ahnung ist auf jeden Fall sehr merkwürdig was hat der wagen zwei jetzt der fahrer eines verdächtigen fahrzeugs widersetzt sich der verkehrskontrolle dann knallen ab man das kennzeichen haben wir euch schon übermittelt wir haben die verfolgung aufgenommen und sind richtung norden unterwegs ja aber ihr gebt gleich wieder auf weil er rücksichtlos fährt ich verständige die umliegenden einsatzfahrzeuge laut computer handelt es sich bei dem weißen coupé um ein gestohlenes fahrzeug passt auf euch auf achja gestohlen war es auch noch verstanden zentrale jetzt kommt gleich der nächste funkspruch lass aufhören ihn zu verfolgen na kann hellsehen wir brechen die verfolgung ab der verdächtige fährt zu schnell und zu rücksichtslos ach komm ihr seid am donutladen vorbeigekommen und wollt da jetzt äh essen gehen verstanden wagen zwei mittlerweile haben wir eine bundesweite verhandlung nach dem fahrzeug gestartet mittlerweile das war gerade die haben sofort eine bundesweite verhandlung aus ihm weil sie wussten dass die kollegen das nicht packen junge 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 so wo sind wir hier im elbtunnel oder was und da hat kein ende das ding und so viel polizei hier unterwegs und ich muss auf dem rastplatz wo ich steine kontrollieren muss hätten auch die kollegen machen können die waren auch für dich da dran an alle einsatzfahrzeuge ein fahrzeug ist an einer potenziellen gefahrenstelle liegen geblieben kann bitte jemand übernehmen und die stelle sichern nein ich such steine gibt es keine richtigen einsätze für uns wir übernehmen wenn es sein muss sehr gute frage gibt es keine vernünftigen einsätze ich habe euch die koordinaten gerade geschickt uuuu gerade noch so gefangen das ding uuuu gibt es keine vernünftigen aufträge hier in diesem spiel und das fragt sogar die KI es wird den programmierern nicht aufgefallen dass sogar die KI nach vernünftigen aufträgen fragt äh bin ich hier ne ich muss runter oh ich bin polizei ich darf das an alle einsatzfahrzeuge ein lkw soll seine ladung verloren haben wir wissen noch nicht worum es sich genau handelt Waschmaschinen Könnt ihr das übernehmen Wagen 8 hat auch kein bock mehr wir machen uns direkt auf den weg Schleimer Mittlerweile wissen wir worum es sich bei der verlorenen Ladung handelt Waschmaschinen wenn ihr das mal jetzt erst wisst ich habe ja kein Licht an und wir haben Nacht wir waren Licht da sieht man doch gleich viel besser wir kommen langsam unserem Ziel näher ich freue mich schon richtig drauf vielleicht müssen wir jetzt Steine zählen oder so erstmal die Baustelle absichern und dann Steine zählen dann müssen wir den Lieferanten der Steine anrufen Waschmaschinen und dann sagt er uns bestimmt dass genau ein Stein fehlt direkt auf den Weg Mittlerweile wissen wir worum es sich bei der verlorenen Ladung handelt Das habe ich dir gerade gesagt und du hast es auch gerade gesagt ich glaube der hat Alzheimer da haben sie so einen Alzheimer Patienten äh an den Funk gepackt wa? Kann das sein? Wir sind am Waagplatz Oh Gott ich bin so froh Na klar mitten in der Nacht steht da ein Handwerker mit 5 Steinen 6 Steinen noch rum natürlich und ärgert sich dass einer fehlt Und Nimmst du schon mal Personalien auf? Ne machst du nicht? Ok Schade eigentlich Oh Gott Kamera Ah Ja das sind eindeutig die Steine Hm Und ne Mauerkelle hat er da Ja Ok Ok Muss man für Steine legen nicht erstmal ein Loch buddeln dass man den Steinen da einsetzen kann Kollege du machst das hier komplett falsch Hallo Kann ich Ihnen ein paar Fragen stellen? Tach Tach Ja klar Na klar Ja Nein nein Sie können uns aber vielleicht bei einem Fall weiterhelfen Achso Na dann schießen Sie mal los Haben Sie jemanden beobachtet der sich bei dem Steinhaufen hier bedient hat? Die sind natürlich nicht abgezählt aber ich habe tatsächlich was beobachtet Ach die sind nicht abgezählt So ein Typ ist um die Baustelle herumgeschlichen Ist gar nicht lange her Als er mich gesehen hat ist er ganz schnell in sein Auto und losgefahren Irgendwas war mit dem nicht ganz koscher Verdächtig Verdächtig Foto zeigen Achja wir haben ja das Beweisfoto ne? Also wo wir den Zigarettenkäufer fotografiert haben beziehungsweise der Tankstellenwart Wir zeigen ihm das Foto War es zufällig diese Person hier? Hm Ja genau die Doch Der hatte auch die gleiche Jacke an wie auf dem Foto Genau die gleiche Jacke Das wollte ich hören Erzähl mir was über das Fahrzeug Können Sie nähere Angaben zu dem Wagen machen? Ja Es war ein grüner Geländewagen Ein relativ neues Modell Das Kennzeichen habe ich leider nicht gesehen Ja du wolltest es nicht sehen Gib's zu Sonst noch etwas gesehen Was hat er noch gesehen? Haben Sie vielleicht noch etwas beobachten können? Ja ist aber vermutlich nicht wichtig Der raucht wie ein Schlot und schmeißt seine Kippen überall hin Ah Umweltverschmutzer Kommt doch auch noch ran Vielen Dank für Ihre Zeit Sie konnten uns wirklich helfen Gern Allzeit bereit Ich pflastere dann mal weiter Ja mach mal Nachtschicht Alle klar Na nun hau rin Ich will sehen wie du arbeitest Informiere Airbecker über Fortschritte Natürlich machen wir das Sogar mit einer Schnellreise Damit wir ganz schnell bei Airbecker sind Oh die Steine Wir halten mich auf So Schnellreise Bloß weg hier Oh der noch will dass wir mit anfassen Wo sind wir jetzt hier? Haben wir da auch einen Schnellreisepunkt? Okay Und hier die ganze Strecke nicht? Wir sind hier gestartet ne? Ne da sind wir ja nicht hin Wir sind doch von hier Der ganze Strecke gibt es keine Schnellreise Alter Äh Wo wollten wir denn jetzt hin? Zu Herrn Becker Der Niedstein Die Polizei ist da So Hans Bleibst du hier stehen? Ich geh mal kurz hoch zum Chef Alter Mach aus Ein Fahrzeug ist liegen geblieben Irgendwo Wahrscheinlich weil er an der Waschmaschine geditscht ist Und die Türen sind super Ich hasse die Türen Och Gott ey Der Funk ist weg Immer das gleiche Immer das gleiche So Herr Becker Ich will mal beschweren Ihr Kollege da unten am Funk Der hat Alzheimer Der erzählt den ganzen Tag das gleiche Endlich machen wir Fortschritte Woher wisst du das? Wir haben ein Foto des Verdächtigen Und die Beschreibung des Fahrzeugs Gut gemacht Danke Chef Das sind alles Hellseher hier Auf jeden Fall dranbleiben Bevor Schlimmeres passiert Ich glaube wir werden bald den Computerauswertungsvideoraum brauchen Den Kofendier Muss ich machen Ich bin ein Geist Warum muss ich jetzt herkommen wenn der das eh schon weiß So wir haben ja ein paar Punkte Können wir zufällig so Was wollt ihr für einen Raum haben? Vielleicht sollte ich diese unlogischen Satzbildungen die die hier von sich lassen Echt mal besser zuhören Computerauswertungsvideoraum Wollte haben Irgendwie sowas Und dann kaufen wir hier ein Archiv Und Können wir auch noch Gut bestätigen Können wir das auch noch? Können wir auch noch Haben wir auch noch eine Asservatenkammer Wunderbar Haben wir nicht weil Warum? Doch haben wir Okay kein Einfluss mehr Schade Aber ich habe mir so eine Mühe Wo sind die Räume jetzt? Wurde mich mal interessiert Sind die jetzt hier drinnen? Ich denke mal dass die hinter Irgend so einer verschlossenen Tür sind Da natürlich nicht Wäre wahrscheinlich zu einfach gewesen Ist das oben? Ist da eine Asservatenkammer? Ah ne Hier ist ein Dach Wollen wir hier runter? Achso wir kommen da natürlich nicht mal rauf Weil der Schritt zu groß wäre Na gut Hier ist ein Streiner Lassen wir mal die Tür auf Damit hier Luft reinkommt In die Bude Ist ja hier alles so miefig Boah Hopsi hops hops Was haben wir jetzt für Räume Wir haben zwei Räume gekauft Und eigentlich Nichts da reicht oder? Achso das wird jetzt hier der Asservatenraum sein oder? Ne der war ja vorher auch da War ja das vorher Räumchen Genauso wie das Ding Wo sind denn die Räume die wir dahin gebaut haben? War der Knast? Ist jetzt jemand da? Ne Wer hat die Tür zugemacht? Das gefällt mir nicht Auf Und auf So Ich will schon dass das alles schön aussieht hier Aber wo sind denn die Räume die wir jetzt gekauft haben? Ist hier jetzt der nächste Auftrag? Achso muss ich wahrscheinlich mit dem Chef reden ne? Ups Warte mal Gehts da runter? Ach wer sitzt denn hier? Aha Aha Gut Ah hier ist ein Raum jetzt Video Ach guck mal Mit Teddy Den kann ich nicht mitnehmen Aber ein Quietschehändchen kann ich mitnehmen Alter süß Für einsame Stunden Für einsame Polizisten Ein Teddybär Was haben wir hier? Ein Raum der in einen Raum mündet Oh Gott Der ist abgeschlossen Kann ich die zweite Tür da öffnen? Aha Spannend Dass ich durch die Wand eine andere Tür öffnen kann Das hat schon was Gut Und was haben wir hier? Den Asservatenraum Oh ja Das sieht doch hübsch aus Hätten wir mal vorher reingucken sollen ne? Na kommen wir jetzt hier durch? Ne da kommen wir nicht durch Werden wir wahrscheinlich noch einen Raum kaufen müssen Ach ist das hübsch hier Wieder ein Teddy Sag mal Und immer am Computer Aha Was machen denn die Polizisten hier? Dass immer am Computer ein Teddy steht Vor allem in so einem abgeschotteten Räumen Ich möchte das nicht wissen Dann müssen wir wahrscheinlich hoch zum Chef waren Mömm Mömm Koffe Äh Nö wahrscheinlich nicht Was machen wir zu denen? Hier haben wir zu sagen Nö Hat keine in der Öffnung in den Kühlschrank? Ist nicht wahr Ja, toll, Kollegen. Könntet ihr da die nicht mal auffüllen? Ach, mit dir kann ich reden. Okay. Ja, nun bleibt doch mal locker. Das ist Hollywood. Aber wir haben doch jetzt diesen Asservatenraum gebaut. Wir sollten den doch bauen. Wozu? Ne, der gibt uns einen Spreiter. Okay. Ich bin ja fast ein bisschen enttäuscht. Jetzt dürfen wir schon wieder Auto fahren. Ich hätte echt gedacht, wir können jetzt irgendwie da im Video-Asservatenraum irgendwas gucken. Aber ist wohl nicht. Was flimmst? Was krisselt denn da? Am Anfang stinkst du so, dass hier die Fliegen sich krisseln? Naja, gut. Streng mal ein. Und dann werden wir die Folge für heute beenden. Dann sage ich mal danke fürs Zuschauen. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dass es euch gefallen hat. Und ja. Denn bis zum nächsten Mal. Bye, bye.